Die Gaspreise in ganz Europa fast doppelt so hoch wie noch vor einem Jahr. Viele Menschen sind in großer Not. Wenig Grund also zum Lachen. Aber ausgerechnet bei diesem Thema kichert er. Der Kanzler, sonst immer eher gefasst, eher ernst. Doch diesmal bricht's aus ihm heraus. Das Lachen des Olaf Scholz, ist es ein Auslachen? Die Union wirft ihm zumindest genau das jetzt vor. Schuld dieses Video. Neudem kam jemand zu mir und sagte, Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen umgestellt. Da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken sollte. Lacht Bundeskanzler Olaf Scholz hier einen Bürger aus? So interpretiert zumindest der CDU-Politiker Paul Ziemiak diesen Ausschnitt aus einem Bürgerdialog mit dem Kanzler. War das ein unglücklicher Kicheranfall oder ein Beweis für die Bürgerferner des Kanzlers? Für Politiker der CDU-CSU ist klar, hier lässt der Kanzler tief blicken. Scholz habe keine Lösungen für die Probleme und Ängste der Bürger, aber Häme parat, schreibt Thüringens Fraktionschef Mario Vogt. Das ist unanständig, schimpft die CSU auf Twitter. Zugeschaltet ist mir jetzt der CDU-Politiker Paul Ziemiak, der nicht nur Bundestagsabgeordneter ist, sondern ganz frisch auch der kommissarische Generalsekretär der NRW-CDU. Sie haben Olaf Scholz wegen seines Auftritts beim Kanzlergespräch mit Bürgern in Giffhorn kritisiert. Warum? Ja, dieses Bild, dieses Video lässt ja tief blicken. Olaf Scholz zeigt keine Empathie für die Sorgen der Menschen, sondern er macht sich noch lustig über die Situation. Das ist verstörend. Das ist einem Kanzler übrigens auch unwürdig. Aber es ist auch nicht das erste Mal, dass er ja so einen Anflug von Arroganz und Überheblichkeit hat. Wir erinnern uns alle an eine Journalistin der Deutschen Welle, die ihm eine inhaltliche Frage gestellt hat und er dann es besonders lustig fand, dieser Journalistin zu antworten, ich könnte ihre Frage beantworten. Ja, ich könnte, aber ich tue es nicht. Und hat sich dann kaputt gelacht über diese Situation. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch. Nicht wirklich handeln, kein klarer Kurs, wenn es um die Frage der Unterstützung für die Ukraine geht, wenn es um die Frage der Maßnahmen geht zur Entlastung der Bürger in dieser schweren Zeit. Und dann immer wieder solche Arroganzanfälle. Wir erinnern uns an den Bundestagswahlkampf und an Kanzlerkandidat Armin Laschet. Da hat er viel Sympathie verloren, weil er im Flutgebiet im Hintergrund lachte, während Bundespräsident Steinmeier sprach. Aus Ihrer Erfahrung als damaliger Bundesgeneralsekretär, wie vorsichtig müssen Spitzenpolitiker mit Ihren Reaktionen sein? Ich glaube, es geht am Ende um die Frage, wie geht man mit den Dingen um. Armin Laschet hat sich beispielsweise damals entschuldigt und hat gesagt, das war total unangemessen an diesem Tag. Er hat das sehr, sehr klar gesagt. Und das ist auch der Unterschied zu Olaf Scholz. Olaf Scholz denkt gar nicht daran, das irgendwie einzuordnen, sondern er bleibt bei seiner Haltung, sagt, was wollt ihr eigentlich, wo ist das Problem? Und macht einfach so weiter. Er hat auch damals überhaupt nicht eingesehen, dass es überhaupt nicht lustig ist, eine Journalistin auszulachen, die eine kluge inhaltliche Frage stellt. Was ist denn der genaue Unterschied zwischen dem Scholz-Lachen und dem Lachen von Armin Laschet im Ahrtal? Das sind zwei völlig andere Zusammenhänge. Ich gucke jetzt nach vorne. Und nach vorne heißt, wir steuern auf einen Winter zu, in dem die Menschen nicht wissen, wie sie die Rechnung bezahlen. Sollen sie erwarten, dass Politik handelt? Hendrik Wüst hat gesagt, Leute, lasst uns dieses parteipolitische Klein-Klein beiseite lassen. Jetzt müssen alle Ebenen, Bund und Länder, zusammen schnell handeln in der MPK. Hier geht es nicht um Parteipolitik, sondern um die Interessen aller Menschen in Deutschland. Und so wünsche ich mir Politik, so wie Hendrik Wüst das macht, mit konkreten Vorschlägen, auch wie Friedrich Merz. Es tut beispielsweise beim Bürgergeld. So muss Politik laufen und nicht so albern sein, wie das Lachen von Olaf Scholz. Was fordern Sie denn jetzt konkret vom Kanzler Olaf Scholz? Ich bin nicht der Berater des Bundeskanzlers. Das muss er schon selber wissen. Mir geht es darum, was ist jetzt wichtig in diesem Winter. Das heißt Entlastung der Menschen, auch nachhaltige Entlastung. Ich will Ihnen beispielsweise sagen, es geht zum Beispiel um die Betriebe in den von dem Hochwasser im vergangenen Jahr betroffenen Firmen in den Gebieten. Da muss es auch eine Ausnahme geben, wenn es um die Berechnung des Jahresdurchschnittsverbrauchs geht. Das muss angepackt werden. Aber auch bei der Frage des sogenannten Bürgergeldes. Man muss die Menschen jetzt unterstützen, indem man die Regelsätze anhebt. Das sagt die Union ja. Aber wir müssen auch diejenigen fördern und fordern. Und fordern heißt auch, dass man von jemandem etwas verlangen kann, der von anderen eine Unterstützung bekommt. Was können wir denn von Ihnen erwarten? Was werden Sie als erstes tun in Ihrer neuen Rolle als kommissarischer Generalsekretär jetzt der NRW-CDU? Eine klare Sprache sprechen und das kommunizieren. Das, was die Wählerinnen und Wähler, aber auch viele Bürgerinnen und Bürger hier in Nordrhein-Westfalen jeden Tag an ganz viele Politikerinnen und Politiker herantragen. Wir erleben in Nordrhein-Westfalen ein anderes Politikmodell in der Zukunftskoalition aus Schwarz und Grün, nämlich gemeinsames Arbeiten an der Sache unter Leitung von Hendrik Wüst. Und das ist ein Politikstil, der sehr, sehr gut ankommt bei den Menschen. Und das verbunden mit einer klaren Kommunikation der CDU, für die ich stehe. Das ist das, was uns auszeichnen wird. Das Lachen von Olaf Scholz über die Nöte der Gaskunden. Paul Ziemerk dazu, CDU-Generalsekretär der NRW. Vielen, vielen Dank für den Moment. Ich danke Ihnen.